Was noch? Kiki wurde gerade angeflirtet, Beppo. Ui, der hat ja echt keine Ehe in sich. Ey, sehr verzweifelt, der Mann. Kevin? Beppo meint, dass der Mann sehr verzweifelt ist, wenn er Kiki anmacht. Ja, ich will doch berühren. Kannst du mal nicht. Ja, ich will sie berühren. Ja, schön, da soll er ein Stück Holz anpassen, das hat mehr Formen. Dann soll er ein Stück Holz anpassen, das hat mehr Formen. Sagt Beppo? Ein Stück Holz anpassen. Sie ist weh, sie ist etwas pummelig. Ich guck hier, Avatar, Clangunst, dann krieg ich einen Artikel. Abartiger, widerlicher, perverser, schmutziger Panzer-Sex. Und natürlich klicke ich da drauf. Tja, jedem seins. Ähm, hä? Hä? Ich hab echt Angst. Okay, deshalb irgendwie... Ah, okay, jetzt... Oh, ich bin so dumm. Ich war jetzt geschockt. Ich war ein falscher Launcher. Ich guck so... Ja, das Spiel musst du kaufen. Hä? Da dachte ich mir, hä, spinnt der? Ich hab das Spiel gekauft. Komm, Clang. So, machen wir es mal hier gemütlich. Machen wir mal meine Kerze an. Und nicht abgehen. So, voll romantisch hier. Ja, ja. Der Jerkmaster. Ah, hier. I can't donate certain items. They are usually the ones... Ah. Hä? Was mich etwas nervt, ist das Spiel, das ich jetzt für Februar streamen möchte. Was am 1. Februar rauskommt. Ist noch immer nicht im Store erhältlich. Du kannst es noch nicht vorkaufen. Was denn? Äh, Grand Blue. Ich dachte Paul World. Was ist das denn? Paul World? Das mit den Pokémons. Ah, Paul... Ja, ja, Paul World. Ja, richtig. Äh, ich muss jetzt selbst dran überlegen. Äh, das Spiel hätte ja sollten, ähm... Ähm, äh, nein, äh, die Beta beginnt am 16. Weil, weil dein Arbeitskollege von mir hat auch gefragt, ob ich das spielen würde. Am 16. soll ja die, äh, ich hab mich da auch angemeldet, hatte die ihnen auch eine Mail geschrieben, dass ich Content Creator bin. Die habe mir darauf noch nicht geantwortet. Okay, also ich weiß, warum ich die Sachen nicht abgeben kann. Wieso? Das sind Sachen, die du in, äh, We Edition drin hattest. Und ich habe ja damals dieses Package gekauft, um die fette Waffe zu bekommen. Hm. Und ich glaube, da waren die drin, das heißt, deswegen kann ich die nicht abgeben. Dann leg sie in deinen Korb. Ja, verschiedene haben sie einfach weggeschmissen, Karl. Ja, das geht auch. Oder dann komm ich irgendwann. Na, ich behalte es noch. Irgendwann, weißt du, ist so ein Neuling vielleicht, dem ich dann helfen würde, so. Wir sind keine Zanken, denn Sessmann, das sollte ihr Tua wissen. Monique hat die 20er Bases gepackt, ja? Monique hat er mit ihr bis heute Morgen reingespielt. Ich schwörste, die hat jetzt nicht mehr aufgehört. Aber sie hat die, die Base gepackt, geschafft. Du flirtest mit Ärger. Jetzt bist du der Einzige, der die 20er noch nicht gemacht hat. Ist nicht schlimm. Ich habe gestern mal schön meine Karte weitergemacht. Da sieht man es auch schön, alle Punkte schön grün. Ja, ich muss dich was fragen, Mann. Ich habe keinen Plan, was ich da machen muss. Also ich koche kurz und dann frage ich dich. Ja, ich muss auch kochen. Weil da sind Sachen, ich habe das Lilane alles gesucht. Und alles, auch die Mottenwege und der ganzen Bullshit. Aber da sind verschiedene Punkte, die ich nicht verstehe. So, warte, ich mache das Essen noch schnell. Habe ich wieder nicht genug zu essen. Hier, sieh dich gerne um. Kevin, du kannst aber in Discord reinkommen, wenn du willst, ne? Mhm. Komm, Kevin. Eppo sagt, du sollst reinkommen. Kevin. Du sollst reinkommen, meint Beppo. Ah, äh, Beppo, ich sollte dich gestern eigentlich noch von Salva grüßen. Lass dich nicht erwischen. Ah, okay. Er hat, er hat gesagt, sag meinem Lieblings-Schwarzen mitgegrüß. Ich habe das vergessen, Entschuldigung. Einfach nur frech. Ich habe das echt vergessen. Äh, okay, jetzt kann ich Beppo. Okay, Beppo. Hier sind diese Dreiecke, die so umherfliegen, so Flickerhöhle und sowas. Ah, ja. Muss man da auch was machen? Weil da ist auch ein blaues Pünktchen drauf. Nee, ich glaube, die haben ja alle so ein Symbol drauf. Das hast du auch bei Betankungsanlage, beziehungsweise bei Ausblick des Wanderers. Ah, da kann ich nichts machen. Nee, da kannst du nichts machen. Ich war mir nicht sicher. Okay. Gut zu wissen, ne? Weil da stand ich auch so dumm da und dachte, hä, muss ich hier was machen? Das hätten sie anders lösen sollen. Sie hätten, sollten diese Punkte anders markieren sollten. Ja, eine andere Farbe wäre hübsch gewesen. Ja. Weil ich bin da wie eine so dumme hin und her gelaufen. Ich dachte auch, ich müsste da irgendwas machen und nö. So, ich habe neue Items gekauft, das ist gut. Alter, sie hat gerade ultralaut geschrien. Hat er sie berührt? Nein. Das hat sie mega laut geschrien. Knuf, bist du still bitte? Danke. Er vermisst mich, er sieht mich ja in zwei Wochen. Ich weiß nicht, wie viele Quests ich hier offen habe im Kinglor Wald, Mann. Ich habe auch so viele Quests, das ist nicht mehr schön, weil ich nur die Basen untersonderlich gemacht habe. Ich habe sieben Hauptquests, acht Erkundungsquests und acht Clan-Beiträge. Ich mache Kinglor Wald. Ich mache Kinglor Wald. Sprich mit Etuva. Ich war nicht gerade kreativ mit den Namen. Die eine heißt Etu, die eine Etuva. Gut, die Namen sind nicht so schlimm wie bei Elder Scrolls, da war es noch geiler. Sprich mit Schlafferschwanz. Dein Ernstes? Ja, die hat, äh, das war, äh, ich, äh, die Argonia hießen die, äh, das waren solche Echsenvölker. Und die hatten alle solche komischen Namen. Äh, die eine hieß sieht alle Farben. Ein Blödsinn. Ein Blödsinn. Oh mein Gott. Findest du das lustig? Wir haben in der Basis von Mercer noch ein paar Sepsenteile ergattern. Hehehe. Hehehe. Ihr seid so doof. Ich hab echt dieselbe Bemalung wie Monique, ne? Ohne Witzchen, wie krass. Ja. Durch, durch Zufall. Monique und ich habe den gleichen Namen für unser Ikra. Monique und ich haben dieselben Farben durch Zufall. So, dann glaube ich, ich koche mir was wieder hier, weil, ah nein, ich hab ja noch so viel gekochtenes. Das müsste ich mal alles mitnehmen. So. Jetzt hab ich mal wieder Essen. Glasierter Klumpen. Hm. Glasierter Klumpen. Wie? Wie? Ich hab ne Lebensmittelvergiftung. Ja, verschiedene Sachen machen mich krank. 55%. Danke hier! Grecklich! Es ist gut Mann! Was haben wir noch alles? Wie kann man die überhaupt schicken? Geht das für mich nicht? Unten. Ah, doch. Ich hab das auch. Entschuldigung, können Sie kurz warten? Wer ist das? Ah, das ist... Okay, let's go! Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Was? Das könnte ich jeden Tag meiner Erkundschaft sagen. Hä? Du bist Nitro. Ich hab Nitro, ja? Küss dich! Wo bleibt denn Kevin wieder? Oh mein Gott! Verrückt dich! Und wo habt ihr die Sounds? Ich hab die bei all den anderen Servern. Wollen wir mal sehen, in wie vielen Servern du drin bist. Ich hab die in der Mitte... Ja! Was hab ich noch? Oh mein Gott, ist das laut! Die Musiken! Was für ein Leckerwissen, Hallstorm! Kann ich denn diese Sounds hinzufügen? Ja, toll. Muss ich alle hochladen. Oh mein Gott! Was ist denn da? Deine Server-Einstellung und dann... ...Sandboard. Oh! 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 Ja, das findet man aber... Salver auf dem Disco! Ja! Ich hab gar nichts gemacht! Gar nichts! Gar nichts! Ich hab' das! Ich hab' das! Ich hab' das! Ich hab' das! Das ist für den Jeks im Moment! Du nennst mich Spitzkopf! Der dreckige Dellen! Der dreckige Dellen! Ah! Du brauchst du dummdolste Frecks! Ja! Die G Isay! Peaches, 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 peaches and his name is John Seed! Unseres Namen du besuchst... ...deeben! ...deeben! ...del! Wih! Wih! ...und mussten fliehen! Sie fürchten den Tod nicht! Hä, verstimmt ich hier nicht? oh mein gott hier kommt der beste was für ein blödsinn ist schon wieder viermal der schnee über den onkel fickerberg hier geknallt das sind die lukenbräuche das wird immer schlimmer das gefällt mir am besten hat einer von einer schönen angst nö nö Ich hoffe. Ok, let's go. Das ist eine Krise. Die Luxemburgischen sind so schlimm. Die sind so bitter. Die sind so bitter. Du warst so dumm, dass du fragst. Von wem sind die? Ah, die sind von Mike. Er hat Luxemburgische Sounds. Ah, er hat John Cena. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Was wird? Und ich bin auch dabei. Das war für Marcel. Ah, Marcel, das ist der eine von mich. Another one. Ja, Reiki! Ich hab gesagt, du sollst dich gut halten! Piu, 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 Piu. Another one. Nochmal, Phil. Den Piu. Ja. Piu, 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 Piu. Piu, 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 Piu. Je n'ai so weit. Oh, nein. Oh, Gott. Spielst du jetzt auch Sims? Amogus. Amogus. Wie viel spielt das auch? Oh, great. Da spielt ja jeder Sims. Sims ist geil. Okay, dann spielst du jetzt auch. Na doch. Oh, Mann. Ii, Kevin spielt jetzt Sims. Echt? Der spielt Sims? Kein Fortnite. Doch, das hat er jetzt die ganze Zeit gemacht. Oh, der hat wieder von Kinder gekriegt. Lüge! Lüge, Lüge, Lüge! Oh Gott, Manuelso. Ich hab noch immer dieses Piu, 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 Piu. Piu, 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 Piu. Das ist sogar noch besser als das Quack. Piu, 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 Piu. Oh, das, das, das stört mich. Das stört mich. Piu, 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 Piu. Was? Was? Ich werde hier gerade verfolgt von ein paar Käfer. Jetzt macht es schwimmänglich Leggy bei euch. Wie bitte? Jetzt macht es schwimmänglich Leggy bei euch. Ja. Ja. Piu, piu, piu. Piu. Ich lach auch mal wie eine bekloppte Möcke. Oh, Beppo, jetzt eine Quest, die ist so ekelhaft. Wieso? Weil du musst so einen Käfer an dich nehmen und dann mit dem spazieren gehen. Und der darf nicht gestresst werden, sonst geht er kaputt. Wie er darf dich gestresst? Er ist gestresst, ist ein Stresspegel, ist ganz rot bei mir. Und ich habe noch 400 Meter. Ich habe in die Tasche gesteckt. Dann darfst du ihn nicht stressen. Ich gehe hier sehr lange, aber ich habe mich angst. Und du bist um, also es sind lauter Käfer um deinen Kopf. Wie soll ich da reinkommen? Wow. Piu, piu, piu. Das ist Kevins Lied, weißt du? Weil Kevin so viele Fortnite-Skins kommt. Wie ist für ihn gemacht, das Lied? Ja, aber Kevin, du weißt, du musst den jetzt richtig hübscher stellen, ne? Ja. Ja. Muss dann schön... Schönen Skin machen. Piu, 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 piu. Ich such mir den, ich mach den auch ein. Piu, 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 piu. Also... Kevin, spielst du echt Simps und du machst dir ne Milf? Du machst hier gerade ne Milf. Das ist eins der Lieder, was ich immer feiere. Der Kevin will ne Frau sein und möchte in Sims die größte Hure. Kevin will ne Milf. Okay, da musst du die hier in den Baum reinstecken, Möppel. Also den Käfer. Ah, nix anderes zu reinstecken. Loch ist Loch. In das Käferloch. Warte, bis die Königin gefressen hat. Was? Jetzt muss ich sie wieder wecken? Oh mein Gott, jetzt muss ich sie... Was musst du? Nein, jetzt muss ich sie wieder wegnehmen. Den Käfer. Der Kinder hat sich um die Beschwerden der King-Glocken. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott, ich muss jetzt hier mit der spazieren gehen oder was? Sie darf aber nicht gestresst sein. Nein, nein, nein. Der Stresspfleger ist... Keine Ahnung. Null. Oh mein Gott. Ich stresst es damit hier nicht. Mich stresst es, dass sie nicht gestresst ist. Was liegt hier? Hier liegt ein totes Vieh. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Also Marcel, das leckt aber brutal. Oh, ich sehe es auch gerade. Was machst du denn? Oh mein Gott. Du darfst nicht ins Wasser mit dem Vieh? Okay. Wo ist denn jetzt der stinkliche Käfer? Was zur Hölle, man? Die darf nicht ins Wasser. Die darf nicht nass werden. Das ist ein Käfer. Das ist eine Diebe. Das ist ein scheiß Käfer. Ja. Ja, Bruder. Oh mein Gott. Bitte sag mir, dass jetzt noch jemand erschreckt ist. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wie viele dieser Töne hast du? Ganz viele. Und die Dutch. Der Phil hat sie alle gekauft. Ich habe sogar... Gott sei Dank. Also nochmal, wenn Salva reinkommt, kommt ein anderer Ton. Ihr wisst da bei mir auch schon, welcher Ton reinkommt? Bei dir kommt dieses WhatsApp-Fuckers. Bei Salva kommt echt wie so eine Porn-Up-Musik. Ja, er hat das selbst eingestellt, deswegen. Ich müsste es auch mal so einstellen. Wenn irgendwie so was Süßes, was dann kommt. Oh, Alter. Dieser blöde, verfickte Käfer. Du hörst aber schon, dass dein Hund kaputt geht, Karine. Oh mein. Was hat der Klufte? Ja, er ist die ganze Zeit am Schlafen und wenn er schläft, dann macht er so Geräusche. Aber nicht so leise, aber mega laut. Ja, genau. Ich muss bedenken, er ist so laut, dass ich ihn durchs Headset höre. Der arme Hund. Ah, nervt mich halt. Oh mein Gott. Also Beppo, du darfst auch nicht laufen mit dem Käfer. Das stresst den Käfer. Ja. Etwas mehr Respekt mit dem Käfer. Okay. Sag mal, verarschst du mich hier? Hä? Der sieht nicht aus wie du, Käfer. Was spätst du überhaupt da? Was ist das? Was ist das? Valhalla? Valhalla. Der Käfer ist gestresst. Stress ihn doch nicht. Komm ich denn mal hoch? Die Königin sieht übelst hässlich aus. Die hab ich gerade. Ein guter. Ein guter. Naja, jetzt haben wir da Leben, Mann. Der Wahnsinn. Aber die bringen echt nichts, ne? Hä? Suck. Also, wie viele Dinger hast du? Bei einem Server sind da ganz viele. Echt? Mein Gott. Bei mir ist keiner. Ich muss das, glaub ich, noch machen. Mann, Junz, sterb. Sympathisch, Beppo. Der Stresspiegel ist hoch. So, ich komm euch kecken, ihr Scheißkerl. So, die sind alle tot. Also, du darfst nicht ins Wasser mit dem Scheißfinger. Kannst du auf den E-Kern gehen? Was hattest du denn? Nein. Keine Schnellreise, nix. Keine Schnellreise, nix. Das stresst das Tier. Ah, mich stresst das Tier. Mich stresst das Tier. Töte das Tier. Oh mein Gott, sein Level ist gleich so fucking hoch. Und dann sagst du einfach Danke für die Gaben. Vielen Dank für die Blumen. Oh, das war der Baum. Bin ich hier jetzt los? Nein, jetzt musst du zurück bis zum Baum. Du verarschst mich. Nein, du verarschst mich. Hast du die schon gemacht? Nee. Ich hab dir ein Ladegerät im Baum vergesst. Nee, oh Gott sei Dank, die bleibt jetzt hier in dem Loch drin. Blödes Vieh. Die Quest ist abgeschlossen. Ja, ist weg. Okay, was habe ich noch? Kingelover. Kingelover. Erinnerungsmalerei, das mache ich so nebenbei, ne? Was ist die Luft reinigen? Äh, die Luft reinigen sind die Pumpen und alles, die Natur wiederherstellen. Hä? Okay. Erinnerungsmalerei. Hast du ja alle Stationen gemacht? Ich glaub schon. Auch die Pumpstationen? Ich glaub schon. Weil das ist auch so ne Scheiße. Die werden nämlich nicht auf der Karte angezeigt. Die werden einfach nur als Turm abgezeichnet. Abgezeichnet. Ich guck nachher mal. Und du hast auch die Hütte noch nicht gemacht, sehe ich gerade. Welche Hütte? Guck mal, wenn du etwas nach oben gehst. Die? Die? Ja. Du musst bei jeder gehen. Du musst bei jeder gehen. Ja, ich hab da noch einige. Aber ich versuch das mal alles zu machen. Und hast du die schon alle gemacht? Die Erinnerungsmalerei und die Toten und alle? Die mache ich jetzt alle. Also jeden Punkt den ich sehe, mache ich. Und dann mache ich die alle miteinander. Weil du kriegst für jede solche roten Hütte, kriegst du eine Quest. Boah. Eine Herstellungsquest. Ich glaub ich mach das. Lerngelegenheit. Des Heimatbaums. Ich kann ja jetzt auch so viel hin und her, ähm, jumpen von wie ich will. Weil es kostet ja nichts mehr. Ja, das ist ein sehr großer Vorteil. Das ist immer richtig impressionant, wie so viel Beko immer sofort so viele Streamer hat. Das ist ein Phil. Da ist Phil. Ich hab dich im Auge, Phil. Wieso? Jetzt wärst du gebannt. Guck hier, ich sag's hier. Jeder der Ball. Ich mag den. Wo ist diese Nein, Naidu? Er ist Naidu. Bist du Naidu? Nein, du bist Koranu. Bist du Naidu? Ja, das ist Naidu. Hast du überhaupt noch welche Punkte übrig? Hast du noch genug Kanalpunkte? Ich hab 35.000. Just do it! Make your dreams come true! Stop it! Stop it! Stop it! Huh? 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 Schau mal die Reisigen und Nebenwirkungen lesen die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Huh? Bomben hat sich geplant. Oh? Another one. Bruh. Cause I have $30,000 in credit card debt. Ich weiß, der Marcel hat uns bestimmt gestimmt, weil er redet nicht mehr. Ja. Ja, ich muss mich konzentrieren. Hallo? Ich strecke meinen Ball. Marcel, bist du da? So halb. Was muss ich hier machen? Nato's Brustband. Wird jetzt wohl nicht erschreckt. Ah ne, tu's schal ist das. Moos und Zahn. Bitte sag mir, dass ich irgendwo Moos habe. Ohne Moos nix los. Ja, ich hab Moos. Uh. Wie? Nicht gut genug. Fick dich. Tja. Du musst gutes Moos nehmen. Ja, es muss gutes Moos sein. Scheiße. Ich hab diese Queste auch noch nicht schätzt. Echt? Wegen dem Moos? Ja. Ja. Verarsch mich, wie viel man muss, ja? Äh, am Ufer. Also es muss besser sein, ne? Ich hab nur... Ja, du musst lilanes oder gelbes haben. Ich hab nur gute Zähne. Wo kann ich ein lila Zahn her? Tja, wenn du Glück hast, so ein Fluss. Warum am Fluss? Weil das Moos nur am Fluss zu finden ist. Ja, aber ein Zahn. Meine... Ah, ein Zahn von einem Tier. Wo krieg ich denn da einen guten Zahn her? Jemand, der regelmäßig zum Zahn hat's geht. Ah. Zahn war nicht. Schatzfeind. Aber echt. Ich hab nur... Ich hab hier einen exzellenten Zahn ausgezeichnet. Nee. So ein Schmutz. Kann man die nicht irgendwo kaufen? Nee. Zähne kann man nicht so kaufen. Gibt es bei den Navi keinen Zahnarzt? Nee, aber irgendwo kann man Materialen kaufen. Das ist fähig. Frag ich gerade nicht. Ich weiß nicht mehr wo. Ja, guck her, sie hat schon einen guten Zahn. Kann ich hier kaufen. Da fehlt mir nur noch das Moos. Mhm. Muss ich zweimal gutes Moos haben, oder wie? Ich weiß es nicht. Das muss ich gut sein, oder wie? Ich glaub schon. Ja. Besser. Ich glaub schon. Ja. Ja. Ja, Regen leckt mich fett. Ist Wut-Navi. Nachhaltig dieser Region gemeldet. Bleib was abland. Ja. Was ist Wut-Navi? oftmals auf felsen in den gewässern am färberkessel ja das ist bei der alten base vom widerstand wo ist sie denn etwas weiter südlich ein färberkessel sieht man das auf der map doch weil du weiter nach oben geht es ist unten rechts wo die alte basis vom widerstand hier färberkessel und da in dem wasser kriegen wir das ja alle waffen müssen am pflichtende vom quartierweißler geprüft werden ok an alle die heute Mal gucken wir mal, ne? Oh! Ich bin fast ins Wasser reingefallen. Kann ich da runterspringen oder sterb ich dann? Geronimo! Sonst auch kein Ikran. Komm ich jetzt wieder raus? Komm, komm. Noof! Shut the fuck up! Alter, diese Töne. Er nervt mich! Dann klebt ihm die Schnauze zu! Einfach so zutapen oder so? Nee, aber echt, es geht mir so auf die Nerven. Er schnarcht die ganze Nacht, der Hund auch, das nervt. Tja, der Hundebesitzer nimmt sich immer einen Hund der ihm eh. Scheiss, genau wie doof wie er. Mann, ich finde nur Moos, der gut ist bei Boa aber nicht. Ja, das Problem hat sich auch. Muss ich echt warten, bis Regen ist vielleicht? Ja, höchstwahrscheinlich. Aber so oft, so oft, so oft, so regnet, das ist ja für die Schuhe, oder? Nein, ich habe Boa aber auch mal ausgelöst, das ist nicht gut. Heute fressen neue Rekruten aus dem Hauptquartier ein. Die Beleidung, ein Kampf mit dem Willkorn. Hm. Da hast du halt auch diese fetten Maße. Oh Mann, ich habe heute keinen Bock, mich mitgehen. Autsch! Das war meine Erdenpässe. Ich habe den Alarm ausgelöst. Nee. Wo ist der Typ denn? Ich habe ihn nicht. Der Typ ist nicht verlust. Ich habe den Schlitz. Ich habe mich nicht verlust. Ich habe dich eingeladen. Du wirst nicht verlust! Ich habe mich immer verlust. Der Typ ist nicht verlust. Was ist los? Ah, es verlebt noch einer. Hör doch auf, dich aufzuregen. Das ist ein dicker Messer. Oh. dann ist dann bitte mal regnen es sind noch zwei stück aber ich habe echt angst dass dieses fette rhenoceros müssen töte es ich mag das nicht ich tauche an den vorbei nein du musst immer sagen danke für die gehabt ja sonst trotzdem nicht unnötig töten das ist nicht unnötig töten die töten ein tier für nur drei stücke von ihm zu nehmen es ist anderes warum krieg ich das muss jetzt nicht ich habe perfektes muss gefunden bippo ich habe ausgezeichnet ist los gefunden es muss dunkler sein was so abgelaufen ist es irgendwie dunkler warum kriege ich es jetzt nicht raus so jetzt noch mal ich habe zweimal ausgezeichnet wenn du eins willst bippo kann man Waren tauschen ich glaube ich kann rüberkommen und dir das droppen bin aber nicht sicher jetzt guck mal an derselben stelle wo ich gucke weil da ist gerade alles ausgezeichnet ja ich mache sowieso die mission später ich habe noch ein paar basen einzunehmen hier ist jedes muss was ich gerade ziehe ist ausgezeichnet ich glaube ich war zu laut immerhin etwas haben sie da gelassen ja das auch ich dachte schon ich habe keinen bock jetzt zu warten ich bin nicht mehr der meinung dass mercer in der lage ist die operation im westlichen grenzgebiet zu händeln er neigt dazu sich ablenken zu lassen ist schon fast besessen von den problemen die aus unserer ersten operation auf padora stammen außerdem wälzt er all seine fehler auf andere in der organisation ab der mann ist ein verdammter psycho sie sollten es in der rohse alles ist perfekt ausgerichtet das ist nicht nur ein hang zur ordentlichkeit der ist ein kontrol alles hat seinen platz als ich einmal einen loch erhoben haben hätte er mich am liebsten ich musste ihn sofort zurücklegen und dann musste er noch in einem perfekten winkel zu sein stiften liegen mercer zeigt ein unberechenbares verhalten dass die operation gefährdet ich würde gerne einen notfallplan erstellen um die verluste in sekobs zu minimieren das ist etwas was diskutiert werden muss was was Okay. Mein Gott, jetzt muss ich noch was machen. Ah, da kann ich nur guten Moos nehmen, das ist nur... Trockenes Himmelsfelsen, Moos, Beppo. Himmelsfelsen, Moos. Wenn ich gewusst hätte... Es gibt übelst viele Materialien, aber es gibt es eben später. Ich muss Himmelsfelsen, Moos verwenden, fickt mich doch. Wo ist denn die grenzenlosen Weite? Wo ist das denn? Hier ist kein Pünktchen auf meiner Map. Normalerweise gehe ich immer zum Pünktchen. Ach, hier. Ne. Das ist mein Punkt. Alter, wo ist die grenzenlos Weite? Du hast noch ziemlich viele Wolken da. Aber wo ist die grenzenlos Weite? Weiß ich nicht. Wo ist sie bitte? Ich sehe kein Pünktchen. Ah, es ist die neue Map. Da ist überall Wolken. Ja, weil da ist keine Map, Mann. Aber wo ist die... Aber wo ist die... Wo ist diese Scheiße? Ich finde das so kompliziert, wenn ich ehrlich bin. Die Map, ich finde die auch gar nicht logisch. Ah, hier. Die grenzenlose Weite, verarschst du mich? Mit einer Ikran. Oh, er leckt mich fertig. Ich muss hier hoch. Wie einer Ikran, die so schön prickelt in deinem Raum. Aber ich... Habe ich sowas schon mal gefangen? Äh, gefangen? Gefangen. Ich geh... Ich hab noch nie Himmel zu... Oh, mein! Ich kann's hier nicht mal finden, dann. Ein ziemlich gefährlicher Ort. Ich hab ein normales Moos. Ah, hier. Himmel. Himmel fällt im Moos. Wieder auf dem Moos. Himmel fällt im Moos. Selteneres findet sich oftmals auf den schwebenden Bergen über dem Schattenwald. Alter, woher soll ich wissen, wo das ist? Wo ist denn der fucking Schattenwald? Hier. Ja. Hier. Cool. Sammel doch deinen eigenen Moos. Wächst auf der Rinde hoher Bäume. Ja, fick dich doch. Auf so Rindenjagd. Ja. Ja, Pippo, du könntest ja auch dieselbe Quest machen. Nee, ich mach was anderes. Oh? Ich will mich später damit quälen. Wär viel einfacher, wenn wir das gemeinsam machen würden. Weil, wenn der eine gute Moos findet, kann nicht er dem anderen gutes Moos weitergeben. Ich möchte Ordnung auf meiner Map haben. Und diese Punkte mal loswerden. Ordnung auf der Map. Wir haben es verstanden, Pippo. Ich fick dich doch damit auf. Was fickst du? Die AWP vom Gegner. Nein. Ich dachte so, was? Ich spiel grad Contest Shrouding. Ach so, hab ich ja nie gespielt. Ähm. WP. Scharfschützengewerden. Das ist so egal. Oh, ausgezeichneter Zahnbecken. Ja, aber kein Moos. Ja, aber kein Moos. Würdest du mit mir spielen, Pippo? Würdest du Moos bekommen? Ich brauche. Er hat recht. Ist das Moos? Ist das Moos? Ja, das ist... Neckig. Das ist Moos. Es ist Moos. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Also ich nehme mal mehr Moos mit, Pippo. Vielleicht brauchst du es ja mal. Vielleicht... Gibst du mir einen Fufi dafür, dann kriegst du Moos. Fufi, kriegst du Moos. Man muss ja hier dealen. Anscheinend regnet es auch. Du weißt ja, wieso ich diese Mission eher am Schluss mache. Was hast du Angst? Warum? Weil ich hier kein Geld abknöpfe. Ne, weil die eine letzte Fähigkeit, die du im Fähigkeitenbaum hast, vom Sammler, macht, dass du fast immer ausgezeichnet findest. Ist nicht schlimm. Mann! Okay. Zittere nicht so viel. Ja, ich weiß. Aber ich hab eigentlich... Hier. Das war nicht tadellos. Das ist nur guter Moos. Ne, ne, war ausgezeichnet. Okay. Ist voll. Ich weiß nicht, ob das reicht, da runter zu springen, damit ich Amai rufen kann. Ja. Und wenn nicht, dann klatscht du auf den Boden. Hier müsste es reichen, ne? Geronimo! Jetzt bin ich ultra krass erschreckt. Oh Gott, ich bin so erschreckt. Ich dachte mir, was ist das? Wie Lafay sagen würde. Ja. Ich dachte mir, was ist das? Wie Lafay sagen würde. Machen, ich brauche. Ne... Neytos... Brustbandage. Hä? Also... Ein BH. Ich hab hier auch was für Ding. Hier steht auch nie, für was du die Sachen brauchst. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilagen. Oh! Oh! Ich brauch wieder einen Zahn. Mann. Oh, feiße, verdammt. Theoretisch könntest du dir noch einen Zahn ziehen, oder nicht? Nicht im Spiel. Ne, leider nein. Ja, scheiße. Ich hab den Zahn nämlich bei ihr gekauft, vorhin. Ah, ich hab keinen Zahn, glaub ich, der besser ist. Warte, ich pack mal den Moos an. Den Moos, den ich Beppo nachher verkaufe. Okay. Ich hab nur... Guten Zahn. Guten Zahn, guten Zahn, guten Zahn. Die Zahnfee wird welche hab. Ja, hab ich hier einen ausgezeichneten Zahn. Wie kriegt man da so einen fetten Zahn? Von Tieren normalerweise. Ja, aber ich brauch einen guten Zahn. Mhm. Äh, die Tiere auf ihre Schwachstelle zu treffen. Erhöht die Chance auf guten Loot. Ja. Du musst du Puck jetzt töten. Na. Das heißt immer noch nicht, dass ich hinkriege. Das ist halt das Problem. Das ist ihr Hals, ne? Ja, das ist ihr Hals. Was? Was? Was ist noch für ein Tier? Ein Sturm? Ja, er leckt mich fett bestimmt nicht. Mhm. Wo bist du? Ein Tannator. Doch. Mhm. Ein Hexer. 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 Der sieht so hässlich aus. Der sieht so hässlich aus. Der sieht so hässlich aus. Und der sieht so aus. Mit dem Hegel und Wald. Biom. Knuffst. was ist hier? beim wasser überall müsste ich den vogel finden er sieht so hässlich aus. er sieht übertrieben hässlich aus. kann ich mich da irgendwie hin? ja. weil die schnellreise kostet ja nicht. krieg ich da permanent so dinge aufhören? die himmels menschen sind abschau. schmutz. ja das sind kampe. das sind alle die bei dingens spielen. oh nein jetzt kommt wieder was mit diesem blöden verfickten tier. da hab ich doch schon was abgegeben. das sind immer nicht für gangste. komm ich muss dieses doofe tier finden. ich sehe dass du ausländer bist und dafür nutzt sie dich aus. was sind die da hinten mann? dieses gelbe fisch. ja. lauf doch jetzt nicht dahin du blöder hund. nein es ist in ordnung. guck jetzt machen sie. nein. doch. ich finde das doofe fährt nicht. ich hab voll angst dass die jetzt abhauen. camp. was ist der unterschied zwischen fin diesel und dem sarrentoo? keine ahnung. ich finde diesel hat eine familie. die familie. ja die familie. la familie. guck mal beppe ob du recht hattest. ne beppe guck ich hab nur gut bekommen. danke für nix. dann hast du nicht gut genug getroffen. warum blinkt dieser dieser lila? weil der besseres loot hat. ich weiß es nicht. boah ich hab ihn gekriegt. soll das sein? ne gazelle oder was? da siehst du. das ist weil er lila leuchtet. da sind die anderen. komm ich knall euch jetzt alle ab weil ähm ich nehm noch ein paar zähne mit. schieß die tiere ab. nicht weglaufen. ich finde es schade wenn du tiere mit der waffe erschießt dann kannst du sie nicht bründen. ja dann sind sie geschmutz. zerstört. mann ich muss den hier hinterher eiern. so im kreis. danke für die gaben. ja die sind nur gut. sagt sie das bei jedem vieh? komm ich hab deine ganze herde getötet. dann nehme ich dich auch noch mit. fühlst du dich alleine bruder? ich fühl nicht dass du dich alleine irgendwie fühlst. eyewa möchte nicht dass du alleine lebst. ja ich bring dich zu eyewa. warnung disharmonie. du tötest zu viele menschen. ich hab doch keine menschen getötet. zu viele tieren. ja. aber jetzt habe ich noch ein gutes. es tut mir sehr leid. aber ich wollte sie alle töten damit sie nicht alleine sind. ich bin so als tierquäler hingestellt. ich wollte nicht dass er alleine stirbt. tiermörder. tiermörder. er wäre alleine gewesen. er war traurig. ich hab seine mama erschossen. kennt ihr bambi? ja. ewigkeiten dass ich mir das angeschaut habe. ich dachte immer bambi wäre ein mädchen. Bambi ist mir vor die Flinte gelaufen, wa? Scheiß auf Bambi. Vor was hast du Angst? Ich hab Bambi in die... Ich hab Bambi zu Ava geschickt. Sie wollte. Würzige Pilzschale. Oh, ich hab gelesen, würzige Pizzaschale. Das gibt es nicht. Oh, okay, dann hab ich das Genieus. Ich hab auch geglaubt, ne Pizzaschale. Der bietet mir jetzt ne Pizzaschale an. Korrekt. Ich hab sie angenommen, ja. Versichtlich wüsste, dass es den Pizzaburger nicht mehr gibt. Ich hab den nie mal im ganzen Leben gegessen. Okay. Ich hab den noch nie gegessen. Ich hatte den einmal gegessen. Ich finde, Marcel ist, ist so ruhig und das gefällt mir nicht. Verliegung. Sprich, gefällt. Ich kann ja nicht reden. Hast du gesehen, ich hab zu viele Tiere getötet. Es war ne Disharmonie da. Die Scheiße auf die Harmonie. Ich möchte... Ja, gerne. Ich kann ja nicht reden. Ich kann ja nicht sehen, ob ich auf die Reise gehst. Ich kann ja nicht reden. Ja... Ich kann ja nicht reden. Ich kann ja nicht reden. Ich kann ja nicht reden. Das ist das, was ich gerne sagen. Es ist, was sie tun ist. Und deshalb ist sie vertreten. Ich kann ja nicht nicht reden. Ich kann ja nicht, oder? Sie sind die Qu oppressed! Die ist die Quester, die vertreten! Ja? Ist sie mit ihr? Ist die Quest fertig? Ja, also Beppe, du rennst halt quer über die Map einmal und dann ist es gut. Und dann kannst du den ganzen Schmutz halt nicht benutzen, weil das ist weit unter deinem Level. Aber ich habe jetzt voll viel Essen, voll viel Fleisch. Ich habe ja voll viele Tiere getötet. Also es war keine Absicht. Hast du sagen sollen, dass es für den Ikren ist, der Ikren hat Hunger. Du denkst, es hätte gereicht. Ich wollte halt nur, dass die ganze Familie tot ist, damit niemand leidet. Ich habe es gut gemeint. Meine ich es gut, es ist auch nicht wichtig. Von deiner Mutter. Jetzt habe ich wieder... Oh nein, Beppe. Hast du wieder Tiere getötet? Nein, ich muss jetzt wieder diesen blöden Käfer da hin und her bringen. Ich ziehe die nächste Quest, mach mir voll Angst. Hier, stete Flügel. Die Kinglor kehren langsam jeweils zurück, doch noch halten sich so viele im Heimatbaum auf. Leck mich, Fettmann. Die Königin ist doch eine Schmetter. Nee, aber noch die anderen, die sind vielleicht verloren. Wir haben den Anschluss verpasst. Hier hängen noch alle da. Oh ja. Das war der erste Samen. Ich habe fast die ganze Höhe aufgedeckt. Leider war ich noch gar nicht, seit ich die aufgedeckt habe. Ist das dein Ernst? Wie kriegst du nicht so doofe Kleber? Säbel, Flügel, Muttenflügel. Säbel, Flügel, Muttenflügel. Säbel, Flügel, Muttenflügel. Weißt du Bescheid? Säbel, Muttenflügel, Säbel. Sammle, Flügel, Flügel, Muttenflügel, nehm ich mal mit. Ja, Küsschen. Ja, gezehn wilde Tenatoren mit einer Schruttflinte, machst du das selbst. Das geht ja mit der Schruttflinte. Oh nein, wir brauchen. Die muss ich jetzt noch weiter bringen. Bitte nicht stressen. Gott, für ein Blödsinn. Du weißt, wie empfindlich die Tiere da sind. Was für ein Schmutz. Wo ist sie denn hier? Testpläger. Nein, das ist... Das muss ich einfach auf die andere Seite. Ich habe ja wieder diese Hausaufgabe, diese Lampen zu suchen. Ich kann dir helfen, aber ich habe vorhin dieselben gesucht wie du, ne, und es waren genau dieselben. Ich finde das hier auch eine Hassaufgabe mit diesem blöden, verfickten Käfer. Pass immer auf auf den Stresspläger. Ich habe Angst, mich zu schnell zu drehen. Ja, das könnte sich stressen. Jetzt guckst du, der Plegel ist schon hochgegangen. Plegel. Wenn die Himmelsmenschen weg sind, chillt er. Wenn die Himmelsmenschen weg sind, chillt er. Oh nein, es war ein normales Computer-Terminal. Gott sei Dank. Jetzt regnet es, jetzt kannst du Moos-Jeten gehen. Entschuldigung, ich muss hier... Ja, ich rede kurz mit dir. Aber ich muss der Stresspegel... Danke. Der Käfer. Der Käfer ist zu gestresst. Auf geht's, Storm! also du musst immer einen kleinen zwischenstock machen weil sie muss einmal essen dann muss ich mir kriegst du musst du die quest neu machen ich glaube ich muss gleich so was um mein leben laufen wir sind diese nashörner nein das sind adi leute ich kann aber jetzt nicht mit dem käfer kämpfen so sie ist er gestrisst ja ich gehe den käfer kurz ab ablegen soll ich jetzt die 100 meter rennen und dafür fällt er dann den zucker schock einfach auf der anderen seite vom wasser und ich darf nicht das wasser sonst ersaufen die käfer ich muss darüber so eine linke nummer käfer ich werde auch gestresst da winzelt er sich da im schlamm der käfer das reno zu russer ist so dumm wird auch gestresst käfer morgen ist die läster patrouille wieder bei uns da oh mein gott hier hat mich jetzt angesummt was noch weiter ach du scheiße ich dachte ich stelle das vieh jetzt hierher oh beppo du musst so weit laufen mit dem scheiß vieh die käfer fallen halt gar nicht auf das ist wund dämmerungsreiter geht es nicht wenn ehrwürdige reiter auf den platos den wind heugen würden ich kann sich glauben dass ich einfach eine disharmonie gemacht habe weil ich da paar tiere gequetscht habe tja tschuldigung käfer alter wie gestresst er jetzt ist bruder beruhige dich nimm luft ist das schocken hier ey was musst du machen Marcel komplett unlogisch ich bin grad im valhalla und muss hier grad leute töten aber ach niger schaffst du nicht ey los storm komplett overpowered wie soll ich denn das machen meine aktuelle mission komplett overpowered alter ich führe mich nicht wohl dass ich nicht laufen kann ich weiß es kommt bestimmt so tanator und reißt mir den arsch auf dann ist die mutter gestresst dann ist nicht nur die mutter gestresst dann bin ich auch gestresst da die mutter mich mal kreuzweise da muss ich den ganzen fucking weg hier nochmal gehen okay okay wir werden angegriffen mir egal was hat der wie der ist der dumm oder was was hat dieser wie wurde dieser mensch getötet er hat zwei pfeile im körper ja wie ein völlig verwirrter durch den regen ach Phil ist wieder da dieser käfer gehen wie sowas von auf den zack ich komme euch besuchen guter witz verbranchen ja ich komme ihn besuchen ich kenne die nicht mehr die sind jetzt tot für mich wirst du dir das johnny einfach komplett tätowiert ist keine ahnung Pixelbier alter der ist ja komplett tätowiert oder er ist schwarz nein er hat den ganzen Rücken Oberkörper mega krass holala das ist ein mittel fern ja ja juhu 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 Marcel weißt du wer anscheinend ne Freundin hat juhu 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 im ich dachte auch so sind das jetzt ähm Geschichten aus dem paulaner Garten? ja wo findet man diese erinnerungsmalereien die können überall sein tatsächlich einer von diesen blauen punkten ja das ist scheiße okay er schreckt mich auch wirklich auf das ist nicht stress ich hab den käfer abgegeben der käfer ist weg erst erst die käfer wo scheiße schieße die jetzt schon blendgranat ich hab immer wenn ich meine fotos durchgehe dann sehe ich mit knuff bestes foto ich hab das letzte ich hab dir seine arbeitskollegin gezeigt also und knuff ist die liebe die wir nie vorgesehen haben ja 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 Ja, mein Ex-Mann, äh, bei einem früheren Ex, der eine. Ja, aber es ist, es ist ihr Freund, glaube ich. Ich weiß es nicht, es hat mich halt, es hat mich irritiert. Ja, mich hat es auch so irritiert. Ich muss einen Moment weiß, so. Hm, und danach hat sie nur noch gesagt, mein Schatzi. Nicht waschen. Mein damaliger Arbeitskollege, der war ja nun 20 und der war ja verheiratet. Hä? Nein, ich, ich wasche den im Urlaub. Nein, ich will ihn morgen anziehen. Es ist nicht schlimm, er riecht nach Fach 5. Schnuffel mal dran. Du hast nicht dran geschnuffelt. Das haben sie gehört! Schnuffel dran. Schnuffel dran. Kevin, jetzt zieh an dieser, diesem Hund wie eine Kokslein so, keine Ahnung. Du sollst dann ziehen, wie eine Kokslein. Warum nicht? Aber vielleicht nicht, Kevin. Warum gehst du ins Bett, du hast doch frei. Ja, Kevin, geh noch nicht schlafen. Was? Verdammt. Bist du ein Specht? Bist du ein Specht? Was soll ich denn sagen? Kevin ist nicht mal in den Schat gekommen, also muss er jetzt... Du bist echt nicht mal in den Schat en dem Schatten in den Schat gekommen. Hey! Bedarf CCTV! Du bist ja alles zu fadas purpur. Bist du auch noch nicht honoriert. Gehst du was dahin, wo das getrunken wird? An alle Einheiten, fein Rettung! Franz Triebisch hat gerade mal eine Partei. Die liegt auf dem Tisch. Ich komm auch gleich, ich bin noch gebrochen vom Messer. Plus 11 Beto. Wie viel Lüscher, ich nehme deinen weg, aber... Kurz vor spät. Ja, meiner klingelt um 6.15 Uhr, ne? Da komm ich um 3 Uhr nach Hause. Ich klinge mich nicht mehr. Muss ich hier wieder eine Stunde voller, aber... Ja, kostet ja nichts. Hat's gekratzt? Freut mich. Ja. Meie, meie, meie. Klazen sich hier den Po wie so ein Schimpanse. Ach, danke. Ähm, ich würd's auf den anderen Discord, aber... Okay, eventuell bin ich vielleicht der Zuf. Ansonsten... Tschüsschen, Küsschen. Ja, aber eine schlechte Erfahrung, wenn ich solche Ausdrücke... Ähm, tschau Kakao. Okay, bis denne Antenne. Tschüss. Tschau, bis eventuell zu sein. Tschau, tschau. Okay, tschau, tschau. Tschau, bye bye. Ja, okay, wir kennen solche Ausdrücke. Die kommen nie wieder. Marcel ist genauso einer. Ich bin nur eine Stunde weg. Und man hat ihn nie wieder gesehen. Ja, man ist ja nie. Das antwortet er auch noch nicht. Ich schenke gerade Dobby aufmerksamkeit. Was machst du? Ich schenke Dobby Aufmerksamkeit. Ja, das ist mir egal. Ja, aber nicht. Ich will auch Aufmerksamkeit. Oder Bebs. Ja. Gib uns Aufmerksamkeit. Gib uns Aufmerksamkeit. ne. Schau. Werte deuten auf eine mechanische Fehlfunktion hin. Kannst du die schütteln? So. Gleich haben wir noch ne Basis fertig. so und das war es damit er schläft so viel das kann doch nicht gesund ist ja auch ein spiel aus als hätten sie mitgenommen schläft so viel hat nichts zu tun ich weiß nicht ob das gut ist das ist gar nicht gut das ist das ständige schlafen ist für mich echt ein depressionsfaktor dass du so viel schläft ist ja gerade das problem dass die depressionen entstehen ja ich würde so also er schläft in meinen augen viel zu viel aber ich kann ich kann nichts machen und wenn ich ehrlich bin das war jetzt nicht falsch rüberkommen aber es ist auch nicht an mir das problem zu lösen und also was ist seine mutter in der nicht aber ich sehe es halt echt so mittlerweile ist nicht mein problem ist zu lösen wie eklig das klingt aber es ist so ich habe diesen unsinn lange genug mitgemacht so hast du Hunger musst du kacken was hast du ihm gesagt er ist hässlich er ist einfach nur hässlich warum sagst du ihm das ist weil er er ist weiß weil er aussieht wie dobi deswegen ist er auch nicht hässlich ist hässlich aber dieses hässliche ist halt süß so deswegen habe ich ihn auch genommen weil er hässlich ist du bist du bist hässlich und du bist stolz er findet mich ja selbst gleich hast du dir auch packi ist nicht hässlich packi ist hübsch packi ist nicht hübsch aber er ist nicht hässlich dann bist du so unhöflich er findet mich ja selbst gleich hast du dir auch gibt's denn nicht so ein körbchen ja ich will hier mal aus meinen sachen was holen weil ich weiß ganz genau dass ich das in meinen sachen habe aber wer wohl zu einfach entschuldige ich glaube die machen halt überall so ein reserve körbchen leider nicht das problem kann ich schmutz schmutz wo findet man im waldseegras 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 habe ich das noch nie gefunden dein ernst ich habe doch schon waldseegras gefunden für deine mom ich weiß was ich habe noch keinen waldseegras gefunden ja wo findet das denn jetzt irgendwo nirgendwo klingt mir bisschen nach wasser und noch eine quest nein nein beppo king lord teil 3 ich werde diese fucking käfer nicht los die lieben dich jedes mal wenn ich denke ich habe es geschafft kommt neuer käfer sie ist wie ein kraut guck jetzt komme ich hierher und das erste was ich finde ist dieses waldseegras waldseegras zack gefunden kann ich das sofort abgeben waldseegras waldseegras schläft während dem zocken ein hab ich bekommen nix so nächster punkt ist hier und der sitzt da immer noch zu heulen über sein ich kann dass er todig ja 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 er hatte sollte besser aufpassen und nicht im flugzeug du weißt aber was will ich reden sumi oder wie hieß der irgendwie so ein sushi ding der oberjäger und dann lässt er sich nicht sterben ja der boba ist schlecht oh es gibt punkt fast boah ich schalke dich jetzt noch aus 25 prozent gegen wildtiere ja das wäre gut wenn ich ein tannertor angreife dann mache ich mehr damage an vorhin haben mich drei stück miteinander angegriffen und ich war so nö so oh ja da sind pakis beppo ja töte sie nein ich hab paki ja gezeigt was ich mit dem mache du musst das gleichgewicht vom wald zurück bringen ja indem ich paki töte die fressen zu oh ich geh mit obi jetzt aber mal ne runde raus hast du mich jetzt schockiert ja jetzt so so vor heute und dann ja 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 meine waren schon ja aber vorhin zwar auch morgen wieder arbeiten ich hab noch gott sei dank meine ruhe ich schwöre der ekran ist weg ist er jetzt schon irgendwie so verdaut worden von der natur ja und schon weit immer noch ja euer meine rein du bist kein erster navi gibt den grund zu warten das hat mein papa immer gesagt dass ich noch viel spaß danke bis dann ja bis dann pкольку so das das hänen wir dann auch bin ich wieder den muttern hinterher geflogen Oh ne, ein Sorrentum tut ihm nicht schon wieder Kann ich wieder... Hier, Jugamotte Noch ein Totem Von wo habe ich wohl die beste Sicht darauf? Ich muss mir das genau ansehen Es interessiert mich nicht, was er labert Anikran ist tot Es soll sich einfach einen neuen holen gehen Oh, ist denn jetzt schon wieder hingedingelt, Mann Ey, die teleportieren sich ja einfach so schnell von links nach rechts, zwar Ah, da haben sie sich kennengelernt, die beiden Eto ist unten Er befindet sich auf einer Insel Es ist sein Ernst Damit wir uns von Sumi verabschieden können Ich muss mich von Sumi verabschieden Juckt mich das, dass dieser Vogel tot ist? Jetzt wird er noch beerdigt Denkst du, dass er schleppt ihn den ganzen Weg darüber? Ja Wird Chicken Wings draus gemacht Was wird draus gemacht? Chicken Wings Ja Du bist so ein Unmensch Was, wenn der Sinn der Totems nur darin liegt, die Schönheit einzufangen Meiner ist nie gestorben Um die Kinder zu lehren, innezuhalten Wie alt wird er, geht durch ein Und lang, Himmel und Wasser zu genießen An Ikran An Ikran Keine Ahnung Die Schönheit aufzusaugen und anderen davon zu erzählen Ich glaub, die Anavi sterben immer kurz davor Die sterben immer jedes Mal in den Kriegbepro, die haben gar keine Zeit alt zu werden Und du bist noch inspiriert Vielleicht mehr als das Es ist Fast so, als würde ich mich älteren Es ist halt doch hübsch, dass er seinen Ikran verloren hat Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, sich so schnell dahin zu teleportieren ohne Ikran Und was mache ich? Ich komme mit meinem Ikran Guck mal, das war aber ein Vogel, du nicht Ich habe einen, du nicht? Guck mal, er ist nicht gestorben Wo ist er denn jetzt? Warte, ich loote noch kurz Was ist hier das, was du für deinen Ikran hier gemacht hast? Ja, Präuber Mein Herz ist schwer, aber du bringst mir Freude Ähm, okay Ich bin nicht so einer Ich nehme deinen Samen Okay Mir fehlen die Worte Ich brauche Liebe Jetzt weint er Schon wieder Meine liebe Somi Er soll noch schnell eine holen Wir sind noch im Sommerschluss verkauft Ich weiß nicht, was ich machen soll Er steht da zu heulen jetzt Lass ich ihn jetzt heulen? Hau er hier mal eine rein Den Grutzereulen Ich gebe dir einen Grutzereulen Mein Vater sagt das heute noch immer Gedenke Somi gemeinsam mit Okay, jetzt gucken wir in die Weite Jetzt wirft er sein Gemüse dahin Sein Magi Mann, hol dir noch einen neuen und dann bist du fertig Das ist nicht das Gleiche Du bist besser Ich kanns kommen, ich kanns gehen Das ist nicht das Leben Ich kanns kommen, ich kanns gehen Ich kanns sicher bessere Orte als diesen hier Flieg mit Ewa Danke für deine Gaben Und jetzt essen wir ihn Wär aber lustig Wär aber lustig Wär aber lustig mein gott sieht das immer so übelst dramatisierend irgendwann wird er sich vielleicht neu verbinden nächste woche nächstes ich liebe mit A1 oh nein jetzt habe ich ihn ja ja ihr könnt von Bündeljacks ich wieder scrolle weiter zu Part 2 suche mit Etua einen neuen Ikran ok also wir haben hier ist wieder so ein steter Flügel da muss ich wieder mit diesem Vieh da hin und her rennen mit den Motten in das Licht was ist das für ein Lied ah von Nena ja oh nein jetzt muss ich wieder dahin und wahrscheinlich dann noch weiter mit diesem Vieh laufen jetzt habe ich das Lied im Kopf mit dem genau wie du und ich ich baue dir ein Schloss ne ne ich muss wieder diesen diesen den Mottenmann suchen alter wie viel dieser scheiß Motten ist werden aber auch nicht weniger ne ich such nicht nach neuen Königen aber ich muss jetzt ist die wieder jetzt muss ich noch weiter weg und ich kann natürlich keine Schnellreise machen ja du musst auf den neuen Teil ja warum kann ich nicht mit der Mutte fliegen die kann doch mitfliegen dann hast du gestresst und was ist doch gut wenn sie die Luft in ihren Flügeln fühlt ne erscheint nicht oh ich bin jetzt oh Beppo ich muss einen Kilometer laufen gehen gehen ich darf nicht laufen ja so sie ist sie gestresst voll die Dieven diese Mutter und das ist nicht mal ein schöner Schmetterling ist ja so ein richtig hässlicher hast du jemals eine schöne Mutter gesehen du musst stillhalten ja es gibt so ganz kleine Süße doch ich finde sie auch schön wenn sie durch ins Feuer fliegen dann läuft sie ja ich hab sie auch am lieben wenn du sie auf diesen Tennisschläger der ich höre als meine Eltern sich so einen gekauft haben natürlich musst du damit spielen ne ja ich hab damit gespielt hab ich nicht aufgepasst hab mein Papa mir den so schnell aus der Hand genommen und mich damit gebuht er fand das richtig lustig ich nicht danach hab ich ihn gebuht dann hat er mich wieder gebuht und das ging so lange bis wir uns angeschrien haben und meine Mama uns das weggenommen hat ich hab auch immer mein mein ähm mein Onkel der spielt immer mit den ähm den Bierdeckeln weißt du mhm und jedes Mal ritzt er mich damit ich schwör dir das ist immer Krieg auf Erden zwischen uns und der Stresspegel ist hoch bist du Navi ich bin deine Mutter danke für deine Gaben danke für deine Gaben ich denke nicht mehr sagen ich bin eine Behandlung mit den Zähnen nein ich bin nervös also ich wär nervös ich bin ein Team Ich schaue dir die Hälte mit mir hat viele doch für drinnen mit mir ich werde hier geschwarzt dein Ding Gott sei Dank, hier oben in der Hohen-Prävinz. Du gehst nicht so viele Punkte. Also am Kinglor wollte, du wärst richtig schlimm. Mit was? Mit den Muffe Punkten. Ja, mit Juni schon bei Algo abgedeckt hat. Ich bin so gesammelt schon. Ja, gesammelt quasi, wollte ich sagen. Oh ne, Bappe, du könntest mega stürmen und nicht schlafen heim in deinem Käfer. Oh ne, das lernt doch packen. Ich weiß, dass die dumm gehen. Weißt du, sie kämpfen einfach weiter, wollen nicht leben, Mann. Ist mal meint doch gut aus. Sie muss hier immer dumm gehen. Ich bin ja scheinbar nicht. Ich bin sofort gelaufen. Ja. Komm, ich muss vier umarm haben, ob mein Gott. Es ist kein Zeitbescheid zu kloppen. Sobald sie liefst, klemmt sie arrabiert. Ich bin sofort. Ich schlafe. Mäli. Ich schlafe. Ich schlafe. Loh, Määli. Wohooo! Ich bin gerade am Sturm, ich bin am Sturm. Ui. Hier kommen wir des Sturms. Ich bin gehüpft. Sturm, Sturm. So, dann hören wir da rein hoch. So, dann gehen wir mal bei der Sturm. Mann Mann Ich darf die Tiere nicht mehr abknallen Das ist Harmonie und so Ach, leck mich doch fett Noch einer Dass ich immer ein Tier von ihnen abknallen muss Bevor sie mich in Ruhe lassen Ja, ey, war so fett Ja, okay, wenn du sterben willst, ist es ja okay Aber ich find's halt dumm Ah, ausgezeichnet Okay, gut zu wissen Die sehen anders aus in der Farbe Okay Die haben so rote Streifen Habe ich die jetzt los? Nein, jetzt müssen sie wieder essen Oh Gott, jetzt muss ich noch weiterlaufen Danach gehe ich schlafen Oh Gott, jetzt muss ich noch weiterlaufen Oh, putz Putz Mann, das ist nie vrollen, die Bühne Geh le du Oh 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 Ich habe keinen Platz, weil Ich habe so mich mit Ruhe los Ist auch Aww Oh Oh Aber Okay. Richtig nervisch, Mann. Oh, verwundern. Mach ihn. Oh, der Käfer geht so gestinkt. Mach ihn. Willst du doch nach ihm? Mei, oh mei. Dick nervisch, das doch. Ja, verschwunden. Ist ja stresspädisch gestolcht. Ja, weil ich permanent mit dir eine blöde Wille feiern gegangen will. Das ist ein schönere Steckchen, ne? Ich will immer ein Mengen Dinger ran. Wollfall, wenn wir so erbrauchen, ich will es nur woher, ganz nachstoß. Noch 500 Meter. Du willst nur ein Tonnen, dann höre ich perfekt schnell. Ich geh' für Sprinten, damit ich's auch schon hole. Verstrasst. Papa, ich geh'n am Risiko schlafen. Nur muss er fallen. Schorren. Schorren. Halt Lob. ist alles voll ich kann nicht laufen so der punkt hat man dann auch noch ein scheiß dürf du hast auch noch ein scheiß dörf Wahoo! Joos. Da hat er noch einen Scheißchen zählt, die musst du schon hochfüllen. Oh mein Gott, da muss er greifen, Juno und Kinnigen aus dem Waldorf. Das war schlecht. Ich bin ja ein bisschen dran. Ja, oh Gott sei Dank, ich hab die Scheiße nicht mehr einfach gemacht. Ich könnte ein bisschen schwer haben. Oh, zackt euch. Was, wenn ich ihn nicht da? Ich werde ganz schnell. Ja. Das ist immer am Zickzack. Schwingt sie keinen wie du. Bist ein Update-Cat. Ah, Lob. Oh, Kinnlaubpfleger, schwingt sie sich fort, Lob. Los, Storm! So, den hat man dann gefreckt. Kannst du noch nicht hier Kokon geklauen. Öp. So, mir lohnt's rum, den Deal von der Map Popo gemacht. So war wohl lecker für drüben. Ja, lohnt's mal nachgucken. Wir sind schon King-Globalt, Heifert, Schmacken, Hauptquaster. Dann bin ich noch Heu, Zollsteck und Clan-Beiträgen. Dann bin ich noch Heu, King-Globalt, Höhlenwurzeln, Blätterdachwurzeln. Und so. Dann wird mir so schon alles noch grehen. So, Ekran, wo war's da? Ja. Wir können nur auf den nächsten Platz gehauen. Das hat nichts dürfen. Oh, da flippen noch eine Insel, die geht mal sehr schnell. Dann kann ich noch schlafen. Also. Ich muss noch am Ferb steuern. Okay. Wir sind auch dort mitvergustet. Ich mach das Spiel aus. Dann hören wir uns nur Papu. Ja. Okay, das ist lustig. Bis morgen. Ciao, ciao. Gut. Woohoo. Ja, ja. So. Katana ist stark gemahnt, alles rein eingestellt Warte auch mal Gah Oh, hier ist ein Drift-Tag drin Okay, die sind da Gut, schüttel sie, ich trage die Bahnbahn Dann, Station Noch ein bisschen heizend in den Nähe, ich schreibe mit Missionen in der Fenke kommen Ja Neee Neee Sooo, Gesundheit und Glück Yeah Fehlt nicht mehr viel Oh, hier ist auch ein Station Nee Ach, du hast eigentlich Station Wow, Storm Weigerst du dich etwa? Ja, ja 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 Danke für die Garten. 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 So, dann liebe Leute, ich gönne mir jetzt mal eine Kippe und dann gucken wir, die nächste große Basis da einzunehmen. Und dann machen wir die Grünfläche da wieder zurücksetzen. Und dann machen wir die große Wolke mal weg. Also, wir machen jetzt mal hier noch die Sammelaktion fertig. Dann gehen wir hier hin, räumen hier auf. Da können wir auch den Teil fertig machen. Dann haben wir dieses Areal ist jetzt Priorität. Wenn dieses Areal gemacht ist, wird dieses Areal gesäubert. Wird dann hier auch die blauen Punkte alle noch gemacht. Und dann gehen wir weiter zu dieses Areal. Aber das hier ist noch große Baustelle. Das wollen wir heute definitiv bereinigt bekommen. Da sind wir wenigstens mit den grünen Punkten ein gutes Stück vorangekommen. Es ist unglaublich, wie viel wir jetzt schon entdeckt haben, gemacht haben, gesammelt haben. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Und dabei haben wir noch hier ein ganzes Stück uns erwartet. Da können wir uns auch noch drauf freuen. Das kommt noch mal dazu. Aber wir haben den größten Teil der Map. Also wir haben den Teil, wir haben den Teil. Wenn wir die zwei Teile fertig haben, dann ist dieses hier nur noch ein Kinderspiel. Aber gut, ist halt so. Machen wir auch alles sauber. Machen wir auch hier. Machen wir auch hier. Vielen Dank. 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 So, and... here... ... So, so... Und... ... 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 Kommisch. Ziemlich komisch, dass hier gar nichts los ist. Ziemlich komisch. Das hatte ich bis jetzt noch nie. Ja, der Baum können wir sowieso nicht machen. Dann machen wir hier die Station. Ja, ja! Sind für Fleisch die Bonnestuch-Emissionen hierher gekommen? Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Tief. Ja, das war's. Ja, ja! Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, genau. Stimmt, ich brauch's weiter. Kann ich meine Gesundheit noch mal erhöhen? Das hab ich ja alles fertig. Fertig, fertig, fertig. Den hab ich auch fertig gemacht. Hier gibt es noch zweimal Leben. Und einmal Heilungskapazität. Ich denke, das wäre interessant. So, den einen Punkt hatten wir. Da gibt's noch einer. Den gibt's da oben. Ja. Ja! 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 Oh jeee, wieder dieses Chi-Dings. Oh jeee, wieder dieses Chi-Dings. Fuck, ob sie desorientiert. Oh jeee, wieder dieses Chi-Dings. 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 Und doch, gedeiht das Leben hier. Es mag schleierhaft sein, verborgen unter den Felsen, die es vor Stürmen schützen. Doch ist es da und wartet auf Geschichten, was ich... So, hab ich gemacht, hab ich gemacht. Ich würde dann fliegen, wenn wir jetzt mal hier zur Burschstelle. Ich habe mir nicht mehr, was ich... Ich habe mir nicht mehr, oder? Ich habe mir nicht mehr, was ich... Hier ist ein Turm, der einen See bearbeitet. Das ist ein dramatischer Verdrängungsturm. Der Lärm allein verdrängt alles in der Umgebung. Du musst der Hochschritt am Hochschatten wieder den Druck erhöhen, bis er wie ein billiges Regal einstürzt. Ein weiterer Tag! Okay. Das war's. Ungeschafft. So, das hatten wir dann geschafft. Hier ist nichts, was kommt. Die Kran, komm her. Komm her. Komm her, Vogel. Auf geht's zur nächsten Stelle. So, ist das eine Luftstelle oder so ein Riesen? Ich glaube, das ist wieder so ein Riesen-Ding, ja. Bereit für einen Kampf? Oh, das ist ein Riesen-Ding. Oh, das ist ein Riesen-Ding. Und kaputt. Nein, ist das schon wieder so ein Ding? Jaaa. Ich das hasse. Du hast ihn! Jaaa. 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 So, gehen wir noch her. Das andere Teil, wo dann den Baum. Da fällt nur noch hier oben. Jaaa. 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 Das ist natürlich geil. Aber natürlich... Ouhh. Haaa. Ja, wieder ein Skillpoint, das bedeutet, wir können die eine Fähigkeit weiter ausbauen. So, so wie es aussieht, gibt es hier noch eine Basis, so leicht versteckt, und hier gibt es wieder eine Pumpstation, oee. Gibt es hier einen Lager? Ja, hier gibt es einen Lager. Hatte ich fast übersehen. So, dann, sehr schön. Das Lager ist nicht weit. Das 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 ist nicht weit. Ich bin ja jetzt nicht weit. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? 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 Okay. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. So, dann haben wir auch viele Dino-Türk. Okay. Richtig gestellt. Können wir hier ins Lager gehen? Okay. 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 Button. Okay. Next is too deep. See what you are. Okay. Wahoo! Ich wollte nur einen Fisch fangen und... Schön für dich, wenn du einen Fisch fangen wolltest. Gut, davon habe ich nichts. Oh je, das lange Sitzen ist immer anstrengend. Wie geht Chat da draußen? So, hier haben wir ja soweit alles. Es gab da doch noch dieses eine Camp, das ich vorhin übersehen habe. Da fliegen wir sowieso von hier aus, hier durch die Wolken, dann sind die auch. Aber warte mal, hier gibt es noch was. Gibt es noch ein Lager? Ja. Ja. So. Hmm. Ja. Ja! 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 Hm... Oh nein, sagt mir nicht, dass das so ein Nest ist. Natürlich ist es wieder so ein Nest. Ich habe schon mal gesagt, dass ich die Teile hasse. Ich habe schon mal gesagt, dass ich die Teile habe. Oh, dann gab es noch hier was. Ah, hier gibt es noch einen Baum. Mensch, hier gibt es überall diese scheiß Eier. Okay. 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 Los, Storm! So, da liegt es unter mir. Ich kann auswist, wenn es kohle. Wieder so ein hässliches Ding. So, es klärt sich langsam aber sich auf. Hier noch den Teil säubern jetzt. Dann bin ich glücklich. Das ist so schön. Ja, ja! Langsam, Storm. Spare dir die Energie. Ja! So, ich habe jetzt noch den Himmel hier. Und dann gehe ich mir den Digiapunkt hin. Auf weiter. Da gibt es noch verschiedene Inseln. Ich mache hier mal den Marker schon drauf. Ich sehe, ich nehme mal die Rechte. Und dann habe ich die zwei Inseln mal weg vom Fenster. Mensch, dieses ganze Säubern, das dauert ewig. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Vorsicht! Wir haben Gesellschaft! So, wieder mal was im Scannen. Wohooo! Das wird schon in die Insel. Warte! Schupple! Ich schilte mal! Mann! Das ist ein Führer mir im Weg! Wo ist der andere Heli? Mann! Jünger! Übertreib es nicht! Der hat mir das Leben entspricht! Der hat mir das Leben entspricht! Der hat mir das Leben entspricht! So, fliegen wir zurück! Ja! Ja! Hi meine fünf Zuschauer bei TikTok! Ja! Ja, ja! Diehe, wollen wir hier wirklich, dass das Fertisch machen? Hm? Hast du sogar schon ein Wäschchen mit? Nein. Das war schon schrecklich. Was ist das schrecklich? Die Träppelt haben. Ja, aber der Schleudergang wird vielleicht sehr hart hinter einem... Nein, aber wo? Die Träppelt. Okay. Was ist auch Evil Scamady? Was ist auch Evil Scamady und die Träppelt? Okay, dann weiß ich was vielleicht nicht stimmt. Okay. Okay. VollED! So, am I? Okay. Okay. Okay, so... Oh, mein Selbstverstopp. Oh, ne, das ist halt ganz anders. Noch ein Totem. Von wo habe ich wohl die beste Sicht darauf? Ich muss mir das genau ansehen. Noch ein Totem. Oh, mein Gott. Vielen Dank. 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 Klappt das wirklich? So. Den Punkt hätten wir fertig. Okay. 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 So, die Punkte hätten wir dann auch. Dann gehen wir die Luftbasis da oben mal wegnehmen. Ah, das sind sogar zwei ey. Oder ne, das ist ein Heli. Bereit für einen Kampf? Ja. Ja, ja. 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 So, dann noch Indirisch in die Holkies. Natürlich ist auch da das große Schiff. Ja. Ja. Aber gut, das kann ich noch nicht machen, weil hier noch die Natur komplett zerstört ist. Ja, ja. So, das ist gerheinisch. Reinigen wir noch hier. Du hast Hunger? So, ich war noch gar nicht da. Okay, und wir haben jetzt hier die nächste Quest. Cool, das müsste ich da haben. So, wenigstens einmal in der Sache. Okay, hier kann ich hinfliegen, weil hier gibt es dann wieder was. Oh komm mein Kleiner, wir geben uns die Kohle. Okay. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du willst doch jetzt nicht auf dem Dach gelauntet sein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. 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 so sind wir im nächsten Dorf haben wir nicht sowas doch wir haben es aber in die andere Tasche so lange zu sitzen tut nicht gut so so die Map schaue gefällt es mir sehr gut wir säuberen jetzt noch die Stelle hier zuerst gibt es hier noch was ja natürlich hier gibt es noch zwei Punkte aber ich werde nur den Punkt hier machen dann wird hier alles gesäubert dann fliege ich direkt hier und mache von hier auch alles dann sauber mit den Punkten dass wir da vorankommen dann kommt die Acker hier komplett dran das ist die Stufe 19 Basis hier nicht schlimm das ist mal nicht richtig weil es ist keine Streitkräfte da aber kann sein dass das die Mission ist für die Story ja danach hier sehe ich schon wieder lauter Dürfer Basen hier sogar schon Collectibles gesundlose Schnellreise Arnhelfähigkeit ah das ist die Arnhelfähigkeit die ist da oben gut aber wichtig ist dass wir heute noch das hier machen und den Teil hier machen das müsste ziemlich schnell gehen außer hier ist eine Basis ich glaube zwar nicht keine Verfärbung im Boden ich denke da ist nichts mehr so besonderes von den Basen her und auch von den Bohrern glaube ich haben wir wirklich alles gemacht was es gibt hier können wir noch nichts machen hier können wir auch das doch nicht machen ist aber nicht schlimm dass wir hier den Teil auch reinigen hier ist noch eine Basis gut das gucken wir jetzt nach der Pause wie wir jetzt vorankommen und wie spät haben wir obwohl es ist schon 1 Uhr also ich glaube ich gehe jetzt noch einen rauchen dann säubern wir den Teil nur noch und dann gehen wir schlafen und lassen das dann morgen sein so dann dann bis gleich die 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 sind das jetzt sind die Vielen Dank. 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 So, dann geht's weiter. So, dann fliegen wir mal hier rein. Yeah. So, dann geht's weiter. Here. Yeah. Okay. 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 Yeah. 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 So, don't know how to do this. 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 So, don't know. 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 Okay. So, don't know. 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 Nicht so laut. 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 sales, taiungs so laut. Ja, das ist ja schön. Ein Sarintu Totem. Am Boden müssten Symbole sein. Dort kann man es am besten betrachten. Oh Scheiße, es ist diese Toten zu machen. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich kann mir vorstellen, wie die Sarinto hier rasteten, bis ein starker Sturm vorbei war. Sie saßen am Feuer und erzählten Geschichten von anderen Clans. Und die Geschichten machten sich auf die Reise, von einem Erzähler zum nächsten. Wie viele Geschichten wohl schon verloren gegangen sind, seit unser Clan verschwand. Ob wir sie jemals wieder aufleben lassen können? So, das hatten wir dann auch. Hier ist noch ein Dorf direkt am Ufer. Oh, 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 oh. Dass all das verloren, vergessen ist. Daran denke ich in letzter Zeit auch. Doch nichts ist wirklich verloren. Wir können mit diesen Totems interagieren. Und ich glaube, so können wir wieder entdecken, was Sarinto sein bedeutet. Es selbst definieren. Und dieses Wissen teilen. Hoffentlich hast du recht, Rednella. Danke. Ich denke darüber nach. Wir wollen keinen Krieg, aber wir fürchten ihn auch nicht. Tanzkampf ist nicht die einzige Kunst. So, dann können wir den auch noch holen. So, dann können wir den auch noch holen. Nyaaah! 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 Hässligerer Schmuck für meine Krammer. Ja. Okay, jetzt dann. Jaaah! 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 Ich buchte mich hier hin. Weil ich werde die Wolke da jetzt noch wegnehmen, die am Berg da ragt, weil die stört mich. Die hier. Okay. 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 So. Das gefällt mir sehr. Hier sind zwar noch kleine Wolken. Finde ich jetzt nicht dramatisch. Wobei. Wir können die auch wegnehmen. Wenn wir schon dabei sind, dann nehmen wir die auch weg. Okay. Jetzt die Wolken haben wir hier. Busklöst. Ja, ja! Ja, ja! So, damit sind wir Wolken los. Wir haben nur noch vier Stellen, wo wirklich dicke Wolken sind. Das heißt, den Teil, den Teil, den Teil hier und den Teil hier. Also, die Areale sind ziemlich klein gehalten. Das ist ein Stück bis dahin, aber dann hatten wir die weg. Das ist ein Stück bis dahin. Das ist ein Stück bis dahin. Das ist ein Stück bis dahin. Gefällt es dir? Ja! Das ist ein Stück bis dahin. 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 Ja! Das ist... Fliegen wir! Fliegen wir! Fliegen wir! Fliegen wir! Richtig geil, wie ich da vorhin komme. Dann noch ein bisschen schlafen. Gibt es nicht mehr viel aufzudecken. Dann noch ein bisschen schlafen. Dann noch ein bisschen schlafen. Dann noch ein bisschen schlafen. Okay. Treffen müsste man können. So, damit hätten wir auch die Stelle gesäubert. Das sieht richtig gut aus. Richtig, richtig gut aus. So, ich gehe mal zum Heimatbaum. Ich gehe meine Tosche leeren. Du suchst einen Vorteil? Ich gehe mal zum Heimatbaum. 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 Heimatbaum. Ich gehe mal zum Heimatbaum. Heimatbaum. Ich gehe mal zum Heimatbaum. Ich gehe mal zum Heimatbaum. Ich gehe mal zum Heimatbaum. 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 Ich gehe mal zum Heimatbaum. Heimatbaum. Ich gehe mal zum 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 Heimatbaum. in meinem Clan Buch. Ich habe jede Menge Quests. Ich bekomme auch verschiedene Worte dazu. So, meine lieben Leute. Für heute reicht es. Wir hören uns dann heute Nachmittag wieder. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und wir sehen uns dann in ein paar Stunden wieder.